Was braucht ihr, damit so ein Messebesuch noch relevanter, noch mehrwertstiftender in den nächsten Jahren wird, als es dann doch wahrscheinlich sowieso schon war? Es ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, die letzten Monate haben uns gezeigt, dass man wieder an die Basics etwas mehr glauben und die Basics beachten sollte. Bei einer Messe wollen Einkäufer Verkäufer treffen und Produkte sehen. Und die wollen sie nicht nur sehen, sondern auch beurteilen können. Also ist es wunderbar, wenn man sich über die Produkte unterhalten kann, vielleicht mit anderen Einkäufern, mit qualifizierten Verkäufern. Und natürlich über die Produkte, wenn es Innovationen sind, dass man sie auch erkennt, dass man sie sieht. Also sie highlightet? Highlightet und dass viel Kreativität, dass einfach auch neue Aussteller da sind.